Ich bin Leonie Meier. Ich studiere Humanmedizin in Kiel. Meine Sportart ist Kitesurfen. Ich bin die amtierende Vize-Europameisterin und will angreifen für 2024. Diese Partnerschaft steht für uns für die Verbindung von Spitzensport und beruflicher Bildung. Das unter einen Hut zu bringen ist essentiell wichtig. Das fasziniert unsere Mitarbeiter und insofern ist diese Verbindung für uns, diese Partnerschaft, was ganz besonders ist. Leonie hat in diesem Jahr Unglaubliches geleistet. Drei Themen. Das eine ist sich ein Champion im Kitesurfen. Sie ist gleichzeitig Mutter geworden und studiert noch Medizin. Das ist eine tolle Kombination und aller Ehren wert. Hervorragende Leistung, herausragend, ein tolles Vorbild. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich als Sportstipendiatin des Jahres gewählt wurde. Das ist für mich eine Riesenauszeichnung, dass man einfach zeigen kann, dass man Sport und Studium gleichzeitig unter einen Hut bekommen kann.